Herzlich Willkommen zurück zu euren Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeitslabor. So, guckt mal, da läuft doch unser schönes Werkchen. Auch neuer Aufnahmetag, nur zu eurer Info. So, da haben wir es doch dann schon. Schön fleißig am Laufen. Hier bieten wir ja auch welche an. Hier oben sind in dem Sinne unsere passive Anbieterkiste mit den... Wieso geht denn da jetzt so eine... Ja, man sieht, wir haben jetzt schon einige produziert. Wir haben die noch nicht angefordert. Das haben wir ja letztens extra noch nicht gemacht. Hier haben wir jetzt immer noch welche drin. Hier sind 81, da sind schon so viel drin. Da sind 48, also es reicht immer noch nicht. Also wir müssen immer noch ein bisschen laufen lassen. Aber unser Atom drauf weg läuft, ja. Und das sogar auf minimalste Einstellung und für die Leute, die die letzten Folgen nicht geguckt haben. Wir haben... Waren wir es denn hingesetzt? Äh, hier unten. Ja, wir haben erst zwei Stränge. Hier fehlt noch einer und da fehlt noch einer. Ja, also dieses Ganze können wir noch mal bauen. Also das ist schon ziemlich gut. Da haben wir 22, hier haben wir 19, da haben wir 17. Hier haben wir auch 17. Also noch haben wir eindeutig genug. Die ganzen Kraftwerke sollten eigentlich jetzt aus sein. Ja, da sind aus. Dieses bleibt stehen als, ähm, wie heißt es, äh, als... Boah Leute, ähm... Für die Not, also für die Not am Mann. Wenn mal was sein sollte, dann können wir das immer noch dann dazu schalten. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so falsch. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, du... Ihr braucht das, du brauchst das auf gar keinen Fall mehr. Reiß das ab. Bau dir da was anderes hin. Du könntest dann deine Ölfabrik da weiter ausbreiten. Könnt ihr eben auch mal schreiben, was ihr allgemein dazu meint. Oh, Entschuldigung. Und wie gesagt, wenn weiterhin zwischendurch Folgen ausfallen oder zur Zeit keine neuen Projekte kommen. Ich bin weiterhin dabei, Leute. Es geht nur darum, ich habe die Handwerker hier im ganzen Haus und hier ist wirklich Troubadou. Ähm, ja, es gehört halt einfach zur Zeit dazu. Ich wollte eigentlich Metro für euch aufnehmen und dies und jenes. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin angefangen zu streamen. Es sollte weiter die Streams laufen und dies und jenes. Es läuft einfach nicht, weil ich die Handwerker im Haus habe, Leute. Ich kann nicht streamen, wenn hier... Es wird sich alles wieder ändern. Und dann bin ich auch wieder volle Pulle da. So, nur zu eurer Info. Also, das ist alles weiterhin so, wie es sein soll. So. Ja, weil ich sehe, dass viele Faktorio nicht mehr gucken und dies und jenes. Was ich auf jeden Fall reinschieben werde, ist... Anno. Anno 1800. Wenn das da ist, werde ich zum Tag des Release auch wirklich Videos veröffentlichen, wie wir Anno spielen werden. Ich bin am überlegen und weil hier einfach die meisten Leute wirklich schauen, Leute. Wenn ihr Bock habt, nochmal Frostpunk zu sehen, aber freien Modus, dann schreibt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Ähm, was weiß ich, wenn einer schreibt, ja, dann könnt ihr ja bei dem einen Daumen hoch geben. Ihr müsst ja nicht alle da reinschreiben. Aber ich würde schon gerne wissen, ob ich das da nebenbei mal mit reinhauen könnte. Ähm, mir macht das nämlich mega viel Spaß. Ich spiele das immer noch so ein bisschen privat. Ja, wenn die Handwerker da sind, mich stört es ja privat dann ja nicht. Aber in den Videos ist es halt ziemlich dumm, ne? Ich denke schon immer, wenn meine Vögel hier rumzwitschern, dass die gehört werden und dass das schon Abfuck ist, ne? Und ihr braucht nicht hoffen, dass ich, äh, ähm, Apex spiele. In der Apex streame ich nicht und werde ich auch nicht, äh, hochladen hier auf YouTube. Äh, das machen einfach alle, weil sie alle jetzt den Hype nachgehen. Ähm, ich nicht. Also ich spiele es auch, ja, und ich mag dieses Spiel unwahrscheinlich. Aber ich werde es nicht streamen oder geschwägen machen. Ich gebe diesen Hype nicht mit. Ja, ich muss nicht Aufmerksamkeit, ich habe kein Aufmerkheitsdefizitsyndrom, so wie manche anderen YouTuber, die dann nur das streamen, was dann den Hype, äh, gerechtfertigt wird immer. Ja, da habe ich keinen Bock drauf und das bin nicht ich. Die Leute, die hier lange zuschauen, wissen das. Und ich habe da einfach auch keinen Mehrwert drauf, ja? Nur zu eurer Information. Ja, ich habe schon immer das gespielt, was in dem Sinne keiner mochte oder wo keiner großartig Bock drauf hat. Wo ich dann irgendwie Spaß dran habe. Man sieht es ja an Factorio. Ich könnte mich den ganzen Tag hier in dieses Spiel einsetzen. Wo ich manchmal schon überlegen war, das auch nur noch zu streamen. Aber mal gut, dass ich es nicht getan habe. Und dann halt die Videos hochladen hier auf YouTube dann, ne? Und man dann einfach mehr machen kann und man wird nicht immer rausgerissen. Aber jetzt, wo ich die Baustelle habe, ist das halt nicht möglich. So. Äh, ich wollte auch unbedingt noch LS weitermachen, äh, wenn dann vernünftige Maps da sind. Aber was dann halt nicht da ist, ist dann halt nicht da, Leute, ne? Also, ähm, ich hoffe, ihr versteht mich und es verlassen mich nicht noch mehr, Leute, weil die Abonnentenzahl geht gerade extrem runter, ja? Äh, wie sagen die, äh, 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 hab ich mich erschrocken, Alter? Äh, ähm, der Drop ist real, ja? Sagen ja alle so, der Drop ist voll real, Alter, äh, lass mal ab und da. Nein, ist halt wirklich gerade so, ne? Warum habe ich denn jetzt hier einen Logistikfilter? What the fuck, was ist das? Ich kann jetzt hier sagen, was da in jede Kiste soll? Wie geil ist das denn? Hm, warte mal. Wir haben eh immer nur... Gib mir mal, hm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir nehmen jetzt mal zehn Stück, bitte. Ich will das jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert. Lagert der dann das um? Hm? Probieren wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, und hier soll nur Holz. Klub. Hier soll nur Stein. Machen wir mal Kohle. Klub. Stein. Eisen. Kupfer. Da habe ich jetzt, da habe ich, 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 da habe ich. Das brauchen wir nicht. Was ist das denn? Oh, Fisch. What? Gibt es den denn? Was haben wir denn immer noch so viel im Inventar? Ähm. Was war es eigentlich, ne? Wissen, wer der Babbo ist? Und wenn ich die jetzt... Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber eigentlich müsste ich jetzt sagen, okay, hier kommt nur zum Beispiel Motoren. Hier kommt... Hier kommt... Munition. Hier kommt... Boah, Stein, Alter. Soll ich, habe ich hier schon alle? Nein. Hier können wir noch Steinen machen. Fertige Steine. Lalalalalala. Fertige Steine. Sehr geil. Und hier können wir nämlich, ähm, ich habe es vorhin gesehen. Hier. Man hat Gezahnräder. Habe ich manchmal auch Unmassen an viele Sachen. Aber, ja. Aber der lagert das jetzt gar nicht um. Guck, dass wir hier, ja, machen wir jetzt, hier, blaue Mikrochips. Da sagen wir, roter Mikrochips. Hier, sagen wir, noch mal Kohle. Hier sagen wir auch noch mal Kohle. Und hier, sagen wir, äh, hier Kupferplatten. Und wenn ich jetzt sage, hier, holt mal den ganzen... Habe ich Eisenplatten gemacht? Glaube nicht, ne? Äh... Machen wir mal keine Kohle. Hier machen wir mal Eisenplatten. Ist er das da wieder reingelegt? Ja, da ist natürlich auch Kohle drin. Aber das muss ja alles aus. Aber hier kommt... Ich habe hier noch ohne Ende mehr. Ja, die Scheiße ist man da mal drin. Lass raus, lass raus. Komm, meine kleinen Bienchen. Wo seid ihr? Ich stehe direkt hier neben. Oh, das funktioniert wirklich. Habe ich das früh... Gab es einen Patch? Und ich habe es nicht mitbekommen? Aber irgendwie haben die keinen Bock zum Arbeiten. Wo... Wo seid ihr? Hallo, Bienchen... Hallo, Bienchen... Hm... Ich habe ein bisschen wenig Bienchen, glaube ich. Äh... Wissen, wer der Babbo ist? Ich habe ein Ohrwurm. Scheiße. Ja, machen wir mal 50 neue. Ähm... Naja, wir können nur 20 herstellen. Wir brauchen rote Mikrochips. Mal, 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 mal. Na, 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 na. Nja. Ach, die sind schon fertig. Wo sind sie denn? Brünchens da. edits da西? ich will ja wissen ob es funktioniert so wie ich mir das vorstelle nein aus aus aber anscheinend schon aber der müsste jetzt ja eigentlich die umlegen also eigentlich wäre das ja auch ziemlich geil wenn er dann anfangen würde und würde die alle umsortieren aber das tut er leider nicht es ist schade und wenn ich jetzt bei gehe und sage hier siehst du das kann man nämlich gar nicht nämlich auch ohne ende sind nämlich hier auch ohne ende drin dann kann man die nämlich auch alle da rein machen das ist schon cool ne da soll ja auch kohle rein ich blödmann das haben wir ja gesagt lassen wir da drin also das immer da drin lassen das muss eigentlich alles raus ähm ich habe so viel scheiße einfach bei mir ich räume jetzt erstmal auf jetzt hier können wir uns gleich alles wiederholen einmal jetzt hier hat mein inventar wirklich mal aufräumen weil das geht mir gerade so ein bisschen auf den auf den zwirn ich habe so viele gelbe greifarme zum beispiel was was soll ich mit dem mit dem gedöns jetzt mal ohne scheiß kann auch weg mein gott das kann weg das kann weg das kann weg das kann weg alt habe ich viel scheiße bei mir die brauchen wir zurzeit auch nicht die brauchen wir nicht was los jetzt hier äh was passiert logistikroboter werden zerstört weil sie wieder außerhalb ihrer zone fliegen ihr seid doch alle bin ich offen die brauchen wir auch nicht aber warum macht er jetzt ich habe hier zum beispiel noch die zahnräder und das ich wollte sagen alter du kannst jetzt ruhig hier mein inventar mal wegräumen die dinger braucht auch eigentlich kein mensch gerade so wir haben jetzt hier auch noch mal billige dinger alter diese scheiß roboter die ihr seid zu dumm ähm die können wir da hin brauche ich auch nicht zusammenwerfer ziehen wir mal hier hin die dinger können wir hier gut gebrauchen die hätte ich gerne da die da die da braucht auch kein arsch die können wir ganz normal ziehen zu ketten signal kann weg die dinger können auch weg das kann auch weg das kann auch weg ja guckt mal nichts mehr da gar nichts wissen wer der babbo ist sorry ich sage erstmal wieder vielen vielen dank dass ihr eingeschaltet habt bis morgen tschüss 3 4 ja Vielen Dank.